Was ist die Förderung für die Förderung? Dann kann auch Lebensunterhalt gefördert werden grundsätzlich. Das ist das Entscheidende. Wir fördern auch Formen, die jetzt nicht Vollzeit sind. Also berufsbegleitende Kurse, mediengestützte Kurse, Kurse im Fernunterricht. In all diesen Fällen wird dann letztendlich bezogen auf Lehrgangs- und Prüfungsgebühren gefördert. Das ist das, was bei Vollzeit noch dazu kommt, zusätzlich zur Unterhaltsförderung, Lehrgangs- und Prüfungsgebühren. Keine Lernmittel, kein Material, aber eben bei berufsbegleitenden Kursen die Förderung der Lehrgangsgebühren, die dann auch möglich wäre. Unabhängig davon, das Ganze von der Mietsituation. Das spielt also keine Rolle. Das wird auch nicht mehr geprüft. Es gibt sogenannte Pauschalsätze. Das heißt, ein alleinstehender Teilnehmer kann bei uns in einer Vollzeitschule maximal 768 Euro bekommen. Davon als Zuschuss 333 Euro. Den Rest auf Kreditbasis. Und im Unterschied zum BAföG gibt es eben zusätzliche Aufschläge, wenn jemand verheilertet ist, Kinder in seinem Haushalt wohnen. Das heißt, da natürlich unsere Teilnehmer auch älter sind, gibt es dann auch entsprechend eine höhere Finanzierung, damit das überhaupt machbar wäre. Das heißt, für verheilertete Teilnehmer sind wir dann bei 1003 Euro. Genauso, wenn jemand ein Kind hat und eben dann jeweils pro Kind 235 Euro als Zuschlag. Also das Leistungsspektrum an sich ist unabhängig jetzt von den Eltern. Das Elterneinkommen spielt bei uns keinerlei Rolle. Also was wir prüfen, wenn jemand verheilertet ist, ist das Einkommen des Ehegatten. Das kann also dann eventuell zu einem geringeren Satz führen. Was wir fördern, sind immer zwei Komponenten. Das eine ist ein Zuschussteil, den man letztendlich nicht zurückzuzahlen hat. Das andere ist ein Kreditteil. Das heißt, da wird ein zinsgünstiges Darlehen vergeben. Was wir hier bewilligen, was aber die Kreditanstalt für Wiederaufbau dem Teilnehmer zusendet. Das heißt, das Darlehen an sich ist auch optional. Das heißt, man muss es nicht in Anspruch nehmen. Wenn jemand sagt, gut, ich will jetzt nur den staatlichen Teil, der nicht zurückzuzahlen ist, besteht auch die Möglichkeit. Man hat also immer drei Monate nach Zusendung des Vertrages Zeit, den Kreditteil abzuschließen. Wenn man ihn abschließt, bekommt man eben von zwei Stellen Geld. Also von der Investitionsbank hier diesen Zuschussteil, von der KfW aus Bonn den Kreditteil, der dann später eben zurückzuzahlen ist. Hier gibt es dann aber noch spezielle Erlassmöglichkeiten. Wir hatten ja gesagt, wir fördern einmal die sogenannten Lehrgangsgebühren. Ganz wichtig immer für die Teilnehmer, Prüfungsgebühren sind nachzureichen. Und wir fördern auch eine sogenannte fachpraktische Arbeit oder eine Projektarbeit, die also ein Teilnehmer dann erstellen muss. Und auch hier, das ist ganz neu, werden 40 Prozent der sogenannten Materialkosten auch als Zuschuss gefördert. Also insgesamt ist wirklich das Leistungsspektrum stark erweitert worden, sodass man also insgesamt davon ausgeht, bei den anfallenden Gebühren für eine Maßnahme, für den Kurs, muss man so überschlagsmäßig vielleicht später noch mit diesem Bestehenserlass ein Drittel noch zurückzahlen. Das heißt, zwei Drittel ist wirklich das, was der Staat auch fördern kann. Also bei der Rückzahlung ganz entscheidend, grundsätzlich läuft der Darlehensteil, wenn man ihn abschließt, während der Schulzeit und zwei Jahre im Anschluss ohne Zinsen und ohne Rückzahlungsverpflichtung. Das heißt, in der Zeit ist es komplett zinsbefreit, auch keine Rückzahlung, die zu erfolgen hat. Nach Ablauf der zwei Jahre zahlt man zurück mit 128 Euro pro Monat. Dann tritt auch eine Verzinsung ein, die im Moment circa ein Prozent beträgt. Das ist aber ein variabler Zins, das heißt, das kann sich ändern, ist immer günstiger wie ein normaler Bankzins. Ganz entscheidend bei dieser Rückzahlung, man kann das vorzeitig ablösen, das Darlehen, während der zwei Jahre oder auch während der Maßnahme. Dann bleibt das zinsfrei. Das heißt, man zahlt nur die aufgenommene Summe zurück. Und was das Besondere ist bei diesem Darlehen, es gibt eben auch Erlassmöglichkeiten. Das heißt, das alleinige Bestehen der Abschlussprüfung führt zu einem Erlass von 40 Prozent des Kredites für die Schulgebühren. Also nicht des Gesamtkredites, aber wenn man eben einen Kredit bekommt für diese Lehrgangs- und Prüfungsgebühren, besteht am Ende die Prüfung, werden 40 Prozent erlassen. Das ist die eine Erlassmöglichkeit. Dann gibt es noch eine zweite Erlassmöglichkeit. Wenn man also plant, sich selbstständig zu machen, Personen dann beschäftigt, dann kann also je nach Zahl der Personen, die beschäftigt werden, noch ein weiteres Drittel oder zwei Drittel wieder des Kredites für die Schulgebühren erlassen werden. In diesen Fällen immer sehr wichtig, dass man nicht das vorher zurückzahlt, das Darlehen, weil man natürlich dann diesen Erlass sozusagen verschenkt. Ja, also das ist vollkommen unabhängig jetzt von Leistungen, die nach BAföG gewährt wurden. Also wir gucken letztendlich, nicht wurde etwas über BAföG früher mal finanziert. Das ist für uns ganz unabhängig davon. Wo wir gucken, gab es einmal eine Förderung über Aufstiegs-BAföG. Das ist immer die Frage. Das heißt, wir können keine zweite Maßnahme grundsätzlich fördern. Das ist also in der Regel ein einmaliger Anspruch. Und wir gucken natürlich immer ganz wichtig, dass die Maßnahme in eine Aufstiegs-Fortbildung hineinfällt. Das heißt, wir fördern auch keine Erstausbildungen. Wir fördern keine Studiengänge. Was jetzt neu ist durch die Gesetzesnovellierung, man kann Teilnehmer fördern, die bereits einen Bachelor absolviert haben oder ein früheres Diplom FH oder BA. Ja, die fallen jetzt künftig in den Förderkreis hinein. Und was auch neu ist, dass eben auch der Zugang zu den Aufstiegs-Fortbildungen bei vielen Prüfungen erleichtert wurde. Das heißt, jemand, der jetzt ein Studium abgebrochen hat, hat ECTS-Punkte erworben, erwirbt damit in immer mehr Prüfungsordnung auch den Zugang zur Aufstiegs-Fortbildung. Das heißt, man kann jetzt zum Beispiel einen Handelsfachwirt mit 90 ECTS-Punkten plus zwei Jahre in diesem Bereich an Arbeitszeit sozusagen den Zugang dazu erwerben, zum Handelsfachwirt und damit auch die Förderung dazu. Also gerade für Studienabbrecher, die jetzt gleich in eine Aufstiegs-Fortbildung eintreten wollen, ganz interessant, weil immer mehr Prüfungsordnungen das dann ermöglichen, sozusagen diesen Quereinstieg in eine Aufstiegs-Fortbildung. Vielen Dank.